Ich möchte eine kleine Explosion einbauen, wenn ich einen Gegner treffe. Dafür brauche ich auch ein Sprite, das dann aber ein bisschen animiert ist. Das heißt, ich mache einen neuen Sprite, Rechtsklick, Sprite erstellen, nenne den SPR-Explosion und bearbeite dieses Bild. Ich mache das nur exemplarisch. Ich habe hier ein paar Partikel. Und jetzt kommt etwas Neues dazu, ein zweites Frame von diesem Sprite. Ich füge hier bei diesem Plus ein zweites Fenster rein und mache diese Partikel ein bisschen weiter auseinander, nochmals ein bisschen weiter auseinander beim dritten Fenster. Und jetzt habe ich eine kleine Vorschau, die viel zu schnell funktioniert. Wenn ich jetzt dieses Bearbeitungsfenster schließe, kann ich sagen, diese Animation soll ungefähr mit sieben Frames pro Sekunde abgespielt werden und kann sie hier nochmals anschauen. Das ist meine kleine Explosion. Was ich jetzt mache ist, immer wenn eine Kollision von einem Schuss mit dem Gegner passiert, soll dieses Objekt erstellt werden. Das wird einmal durchgeführt und dann zerstört. Das heißt, ich brauche auch ein Objekt. Rechtsklick, Objekt, Explosion. Ich füge die Explosion hier hinzu und sage auch Animation Ende. Zerstöre dich selbst, damit nur einmal diese Animation durchgeführt wird. Gut, jetzt kann ich das auch noch an der richtigen Stelle einfügen. Und zwar beim Gegner habe ich ja hier diese Kollision mit dem Schuss. Doppelklick drauf und ich zerstöre zuerst mal den anderen Schuss, dann mich selbst. Jetzt rein von der Logik würde ich diese Explosion zuerst einfügen, bevor ich das Objekt des Gegners zerstöre. Ich erstelle meine kleine Explosion an der relativen Position vom Gegner. Eigentlich müsste ich das ein bisschen besser positionieren, genau beim Schuss, dort wo getroffen wird. Das könnte man alles noch machen, aber für diese ersten Übungen reicht das völlig. Ich zerstöre hier diese Gegner und die Explosion ist ein bisschen irgendwo, habe ich das Gefühl. Ein bisschen zu weit unten, wenn wir das anschauen. Die Explosion ist mir viel zu klein, darum gehe ich nochmals zur Explosion und sage, wenn die erschaffen wird, möchte ich sie auch größer haben. Ich habe einen Sprite, da kann ich sagen, Instanz-Skalierung festlegen und sage, sagen wir mal 4 mal 4, also 4 mal so breit und 4 mal so hoch. Und obwohl das einzelne Pixel sind, jetzt werden die auch die Pixel ein bisschen gestreckt und die Explosion sieht schon viel besser aus. Und jetzt wissen wir auch, wieso die Explosion falsch platziert war. Ein Klassiker. Ich habe den Ursprung dieser Explosion überhaupt nicht beachtet. Ich gehe hier zum Sprite-Explosion. Hier unten Sprite-Explosion. Und möchte den Ursprung natürlich hier in der Mitte haben. Das könnte ich übrigens auch hier oben auswählen mit dem mittig. Und wenn ich jetzt nochmals eine Explosion auslöse, dann sieht das schon ganz nett aus. Jetzt könnte ich das nochmals mit Ton auch einen Ton einbauen. Und dieses Prinzip, dass bei einer Kollision da ein neues Objekt von dieser Explosion entsteht, ist eigentlich ein spannendes Prinzip, das dann wirklich auch auf andere Umgebungen wie Scratch angewendet werden kann. Es ist also nicht eine Explosion, die da irgendwie aus dem Gegner oder irgendwie bereits drin programmiert ist, sondern es ist einfach ein neues Objekt, das an dieser Stelle erschaffen wird.